So, da sind wir. Ich habe gehört, soll ein sehr gutes Spiel sein. Ist auch schon richtig... Das hat schon ein paar Jahre... Auf dem Buckel, wollte ich sagen. So, ich muss mich eben bei Xbox anmelden hier. So, wir haben doppeläuntige Flöte, wollte ich sagen. Die doppeläufige Flöte. Erste Hilfe-Koffer, grünes Gel. Wofür auch das immer ist. Ach, ich habe für die Heilung bestimmt, ne? Brandbolzen und Giftbolzen erhalten. Erhaltende Gegenstände können automatisch ab Kapitel 3 verwendet werden. Wart, müssen wir jetzt bis Kapitel 3 spielen erst, oder wie? Was ist das denn für ein Blödsinn? Der Inhalt zum Herunterladen-Assignment ist jetzt spielbereit. Oh mein Gott. Was haben wir denn da alles jetzt? Zum Optionsmenü. Ego-Perspektive, Leute. Wir können aus der Ego-Perspektive zocken. Das ist doch gut. Unbegrenzte Munition-Modus sogar drin. Laternen-Schleichen-Symbole. So, erstmal muss ich hier mal das Spiel einstellen. Ähm, Untertitel. Sollen wir die Untertitel mitnehmen? Ja, ne, nehmen wir mal mit. Lebensanzeige-Ausrüstung-Symbol-Auto. Lebensanzeige deines Partners. Haben wir einen Partner hier? Leck mich doch fett. Ähm. Hammer-Rockeln mit Ego-Perspektive. Wir nehmen direkt die Ego-Perspektive, oder? Erlebe das Spiel aus der Ego-Perspektive anstatt aus der Verfolger-Perspektive. Für bestimmte Ereignisse und Zwischensequenzen wird automatisch zurück zu Verfolger. Ja, ist ja okay. Unbegrenzte Munition brauchen wir nicht. Wir spielen hier, äh, ganz normal, würde ich sagen. So, Grafik. Einstellung der Bildkörnung. Was ist mit der Hardware hier? Vollbild aktiviert. Kino-Format. Jawohl, jawohl. Äh, Frame-Lock. Oh, äh, 60 PS. 60 FPS V-Sync. Ähm, Schattenqualität. Warte mal noch. Mehr haben wir hier nicht. So. Sound. Jetzt machen wir mal ein bisschen leiser hier. Ja, möchte ich ändern. Ähm. So, die Musik, äh, machen wir, allgemein machen wir mal ein bisschen leiser, ne? Ja, so ist top. Aber wir gucken einfach rein jetzt. Ansonsten müssen wir nochmal umstellen. Das ist ja kein Problem hier. Leute. Denk ich mal, hab ich alles. So, ähm. Ja. Neu-Spiel einfach. Äh. Eingabe. Perfekt. Komm, wir, wir spielen auf Einsteiger. Das ist, ne. Überleben Standardgeschwindigkeit. Stelle dich da in Ängsten und überwinde sie. Für die Schwachen und Ängstlichen. Was meint ihr, Leute? Bin ich, äh, schwach oder ängstlich? Ich mach jetzt aber dafür keine Abstimmung. Oh, Mann. Automatisches Ziel ist standardmäßig eingeschaltet. Und es gibt etwas mehr Munition. Ich, ich mach den Einsteiger. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Wenn, ja, ich hab Angst. Genau, Ilona. Das ist richtig erfasst. Alle Einheiten, alle Einheiten. 1199 Einsatz Code 3. Beekl-Nerven-Klinik. 184 verstanden. Code 3 sind in drei Minuten da. Wir starten, 184. Tut mir leid, Detektives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall. Aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1, 2, 1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schiedsordoktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal. Trotzdem, irgendwie unheimlich, oder? 1, 2, 7, 1, 2, 4, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt es eine Verbindung? Nö. Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184. Die Abenteuer gibt es ein Einheiten in den Siegern. Mail, was ist das? Gibt es irgend... Was ist jetzt los? Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Was meint ihr dazu? Connelly, gebt der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Und er bleibt da im Auto. So. Wir starten im Kapitel 1. Der Notruf. Ähm. Moment. Ja, wie komme ich hier raus? Moment mal. So. Geht weiter. Ja, noch nie gespielt. Und dann auch noch direkt aus der Ego-Perspektive. Ich bin mal gespannt. Ansonsten schalte ich wieder zurück. Was ist hier los? Hallo. Siehst du was, Kidman? Der Regen wird alle Spuren wegwaschen. 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 Was ist das? Stinkt oder was? Riecht wie Blut. Ja, klar. Wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Leute, riecht man eigentlich das Blut? Riecht man das wirklich? So, äh. Ich weiß nicht so recht. Hast du das gehört? Warum habe ich eigentlich so blöde Balgen hier dran, ey? Das ist ja voll scheiße. Ich glaube, das habe ich mal, äh, vorhin hier... War das bei der Grafik bei? Oder allgemein, ne? Objektive Laternen. War das denn? Ich habe das gesehen irgendwo. Grafische Inhalte. Da. Ja, möchte ich. So. Ja, endlich. Haben wir das, äh, scheiß Ding noch in groß hier. Ähm. Er muss. Ja, das... Das würde mich mal interessieren, Ilona. Ob man das riechen kann. So ist doch gleich viel besser, als mit diesem blöden Balken, ey. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Rubikis. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Ich hoffe mal, durch die Ego-Ansicht, ähm... Ist die... Ist der Spielablauf nicht so verschwert oder so? Erschwert, meine ich. Äh. Was zur Hölle? Wow. Was ist das denn für eine Type? Was? Ist der denn jetzt ins Auge gestochen oder was? Was? Oh, wir hängen wahrscheinlich irgendwo. Oh. Oh, der sieht ja auch lecker aus. Oh, da hat schon einer ein Messer. Gib mir das Messer. Ey, was macht der mit dem? Oh. Oh. Bewegt die Maus doch. Kann ich das hier nicht nehmen, das Messer? Das Schaukeln irgendwie. Wie oft muss ich denn da drücken hier? Ja. Ist das gut. Gut. So. Kann ich den jetzt fertig machen oder weh? Was muss... Da muss ich abhauen. Okay. Schleichen. Ich komme hier raus. Ich glaube, ich hätte... Hätte nicht in die Ego-Perspektive schalten sollen. Oder muss ich den von hinten angreifen? Kann das vielleicht sein? Nicht den überhaupt angreifen? Okay. Das hätte ich, glaube ich, äh... Ein Schlüsselbund. Alles klar. Ähm. Ich glaube, der hätte mich eiskalt abgeschlachtet. Wenn der mich gesehen hätte. Also, äh... Hätte mich wahrscheinlich wie Vieh abgeschlachtet. So. Jetzt haben wir den Schlüssel benutzt. Jetzt kommen wir auf jeden Fall hier raus. Mama Mia. Kann man den Ding nicht zumachen, die Türen? Nee, ne? Kontrollpunkt. Und Kontrollpunkt auch noch. Okay. Mama Mia. Hier ist eine Falle. Hier ist eine Falle. Also, wenn ich da jetzt durchlaufe, dann, ähm... Müssen wir mal gucken hier. Optionen, weil, ähm... Tastenzuweisungen... Tastenzuweisungen... Wo sind die Belegungen? Hat man hier irgendwie so'n, ähm... So'n, 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 ähm... Stecken, äh... Stecken, äh... Ist klar. Leichen auch. Symbol für Alarmbereitschaft. Flaschen werfen. Tastenzerstören. F. Okay. Ist das normal, dass die mich hier rausschmeißen zwischendurch? Oder hab ich, äh... Die Grenze bei Twitch verbraucht? Wie die Grenze bei Twitch? Gibt's hier ne Grenze? Ich glaube, hier gibt's keine Grenze. Ilona. Ähm... Ist das die gute Frage? Gut, wir haben hier einen Kontrollpunkt. Also, wenn wir jetzt sterben, dann, ähm... Dann würde ich mal sagen, fangen wir auch hier wieder an. Ähm... Müssen wir wahrscheinlich da durchgehen, denk' ich mal. Oh, da sind Kettensägen, Leute. Jede Menge Kettensägen. Will noch nicht, äh... So, Leute, ich werd mal... Ja, das war klar. Ähm... Scheiße. Alto Belly. Hohohoho. Junge... Hohohohoho. Hohoho. Hohohoho. Hohoho. Junge... ist das übel ja wie geil scheiß ich seh doch gar nix hier juhu rutschen so was nenne ich mal ne geile ich wollte sagen Wasserrutsche aber das ist ne Blutrutsche das ist doch schön so jetzt sind wir frisch gebadet jetzt geht's ab nach Hause hoffe doch Noxi schlaf gut ich wünsche dir eine gute Nacht vielleicht sehen wir uns ja morgen Abend würde mich freuen morgen geht's weiter ah nächster Kontrollpunkt ich schaffe auch nicht mehr lang und morgen früh steht meine kleine Früh neben mir ah so ist das nun mal aber vielen Dank dass du dabei warst Noxi Ich finde so Spiele haben aus der Ego-Perspektive irgendwie noch ähm noch einen anderen anderen Reiz wie heißt das Wiesel ach wie soll ich das sagen mir fällt gerade nicht das Wort ein wo geht's hier raus wer ist er denn ey alte Notiz aus Kanalisation aus Kanalisation heißt das nicht aus der Kanalisation neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter äh die zum alten Trakt führt wenn du es dorthin schaffst findest du einen Aufzug der dich nach draußen bringt du wärst derjenige der entkommt du könntest der eine sein der überlebte R-Punkt wer auch immer dieser R-Punkt sein mag ähm ja der hat uns diese alte Notiz hinterlassen gut weiter geht's ja hier sind verschlossene Türen sind mit mit Schlössern versehen ja da kommen wir nicht durch da brauchen wir Schlüssel für hier auch und die Tür führt wahrscheinlich zum Aufzug wo wir dann rauskommen wahrscheinlich ähm okay kann man die Türen aufmachen hier ne so wir klettern hoch ja 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 komm schon gib Gas Mensch dann gebraucht er den um die Leiter hoch zu klettern hier gib's doch nicht ja hier steht auch mal eben PC rum in der Kanalisation so auch dat nehmen wir Notiz aus Heizraum haben die da irgendwie ein Wort vergessen immer oder so 13 Uhr STEM System Test beginnt 13 Uhr 15 Erfolg Gehirnwellensynchronisation bestätigt Verluste minimal Experiment wird fortgeführt Agent sammelt Daten 13 Uhr 30 Anomalie tritt auf nicht bei Proband Stenograf berichtet über Unwohlsein anschließendes Koma aus unbekannten Gründen Arzt ordnet Beendigung von STEM System an Ach da geht ja noch weiter hier ähm ja irgendwie ging's doch nicht weiter ich hab grad versucht zu scrollen aber man ging nicht runter okay weiter geht's gehst du auf oder bleibst du zu ne irgendwas drücken ah da zack ich glaub die Ego Perspektive ähm funktioniert hier nicht ganz so gut find ich das Spiel war eigentlich ursprünglich programmiert hier für diese Verfolger Perspektive Third Person ähm und die Ego Perspektive haben die glaube ich nachträglich eingebaut so wie das aussieht okay wenn das hier nicht so funzt dann äh nehmen wir nehmen wir die andere so 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 Das ist der Penner. Boah. Alter Belli, ey. Da muss ich aber ganz schnell abhauen gleich hier. Der haut hier alles kurz und klein. Ich glaube, der ist im Nebenraum. Er hat mir gerade quasi die Tür aufgemacht. Hoffentlich haut der ab, ey. Oder bleibt der da drüben? Ich weiß es nicht. Ey, ich hoffe mal nicht. Was ist denn, wenn wir hier raus? Ach, ich wollte doch nicht wieder in den Schrank. Verdammte Scheiße. Mann. Alter, der ist mal voll irre. Symbol für Alarmbereitschaft vom Gegner. Ein Gegner befindet sich in der Nähe. In Deckung, ein Gegner hat sich bemerkt. Eieieiei. Das ist wieder so ein Hide and Seek Spiel hier. Ja, schön. Scheiße. Scheiße. Ich komme auch nicht so schnell hier weg, ey. Das ist doch Shit. Ah, Mann. Alter. Ui. Ich glaube, ich wechsle mal lieber in diese, ähm. Ey, wer war das? Manni. Ähm. Tina. Mach mal die Ego-Perspektive aus. Mal gucken, ähm. Wie sich das spielt. Ah. Ah. Der darf mich nicht sehen. Mal die Klappe. Ah. Herrgott. Ah. Manni. Klappe. Manni. Oh. Manni. 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 So, mal gucken, wo er jetzt hingeht. Ey, wenn er jetzt hier hinkommt, ne? Ah, ich glaub, der geht in die andere Richtung. Oh, fuck. Oh. 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 Oh.